Ja, die stand jetzt bei mir viele Jahre in meinem früheren Arbeitszimmer, das ich leider die letzten zehn Jahre nicht mehr so benötigt habe. Und diese Jacke, ja, die liegt mir eigentlich ein wenig im Herzen, weil das war ein Geschenk des Star Trek Fanclubs Enterprise Germany Mannheim, bei dem ich immer eingeladen war zu X-Mas-Partys und für einen Charity-Zweck dort eine Versteigerung immer machte von Star Trek-Artikeln. Und das wurde gemacht für die behinderten Kinder, für die jetzt kranken Kinder von Mannheim, die völlig unschuldig in diese Situation gekommen sind. Und da sind beträchtliche Summen zusammengekommen. Also ich spreche hier schon von 3000 Euro und die konnten davon wunderschöne Fahrten machen zu Ostern oder an anderen Tagen. Und wenn ich gesehen habe, für diesen Zweck, da bin ich jedes Jahr gerne hingefahren. Und irgendwann bedankte man sich für meine Anwesenheit und dass ich diese Auktion dort geleitet habe oder gemacht habe. Geleitet ist völlig ja Quatsch, ich habe sie gemacht. Und verehrte mir diese Admirals-Jacke und gefertigt wurde sie von einem Mitglied dieses Fanclubs. Die haben sich schwarz irgendwie meine Maße besorgt, ich weiß nicht woher. Und ja, dann wurde die geschneidert von der Gabi, ich sage den Namen Gabi, und mir dann verehrt. Und das ist doch immer eine schöne Erinnerung gewesen für eine sehr erfolgreiche Geschichte in meinem Leben. Ich habe diese Jacke, aber ich wurde eigentlich immer genötigt, sie anzuziehen. Ach, zieh doch die Jacke an, ach, zieh doch die Jacke an. Ich selbst wollte das gar nicht so, denn ich durfte zwar Patrick Stewart meine Stimme leihen, aber mit dieser Jacke mich da gleichsetzen zu wollen, das war nicht so mein Ding. Aber sie wollten es einige Fans und mit der Hochzeit, da gibt es ein fantastisches Star Trek, ein Spock-Double. Also dieser Fan sieht tatsächlich aus wie Mr. Spock. Und wir haben auch einen lockeren Kontakt und der lud mich zu seiner Hochzeit ein. Da muss ich sagen, das ist ja irre, wenn man sich das überlegt. Die haben da in mühsamer Kleinarbeit eine Raumstation, Star Trek, aufgebaut, also eine Kommandozentrale. Und da sollte die Hochzeit stattfinden, die fand da auch statt. Und ich wurde gebeten, dabei zu sein, unbedingt mit dieser Admiral's Jacke. Und da bin ich da hingefahren und habe das gemacht, habe den Wunsch erfüllt.